. . . . . . . . . Überragend. Die Fernwahl ist so geil. Es macht so Spaß hier zu sein. Die haben 9000 um sich, die alle mit einem fiebern. Ist gut, man ist lieber ein Kollege. Besser wie damals im Escholzpark. Viel besser hier. Über 10.000 Menschen hier. Richtig brutal. Bier, alles gibt es. Essen, trinken, was man will. .